Mein Name ist Volker Fuchs. Ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Testfuchs Großsickertz. Ich bin Mitglied im Wirtschaftsforum Waldviertel, weil mir sehr viel am Waldviertel liegt. Ich bin hier geboren und möchte hier auch den Rest meines Lebens eigentlich verbringen und auch das Unternehmen hier weiterentwickeln. Darum ist meine Zielsetzung an das Wirtschaftsforum Waldviertel, dass wir das Bild des Waldviertels deutlich verbessern, weg vom Mystischen hin zu dem, was es nämlich ist, sehr vielfältig, hochtechnologisch und sehr spannend und interessant und vor allem gesegnet mit sehr guten und sehr motivierten Arbeitskräften.